Jetzt hauen wir die alte zu Brei. Oh, die macht sogar einen One-Hit-Kill diesmal. Wir sollten uns gar nicht dazu kommen lassen. Bei der Mielenschlägerei hau ich die Königin zu Brei. Ich schwinge meine Axt, bis ihr Bauchschiff platzt, das ergibt eine riesengroße Sauerei. Ja, ich haue sie zu Brei bei der Mielenschlägerei. Und jetzt klaue ich mir ihr Ei. Aber fix. Ach, ja. Ganz ehrlich, kein bisschen elegant, aber das war es mir wert. Und unpassend dazu. Ich will eigentlich Sommer haben, anstatt dass... Dann singe ich so weit, weißt du. Warte mal, das Licht hält aber ein bisschen länger als fünf Minuten, oder? Gerade. Na ja, ich mein... Soll mal recht sein? Erfolg. Erwache. Hallo. Ich hab das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Der Schläfer erwache. Keine Lust. Erwache. Ich hab das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Möge der Schläfer dich schützen. Erwache. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Chor Kalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Lass mich vorbei. Pascal, was sagst du dazu? Hallo. Nichts. Ah, deine Pflichten sind getan. Naja, nicht ganz. Ihr könnt jetzt neue Bereiche erschließen. Oder könnt ihr mit Sicherheit mehr raushauen. Aus der Mine. Die alte Mine spuckt jetzt nun mehr als genug aus. Also jetzt noch mehr. Jetzt noch mehr. Wenn dir geez nicht mehr rein. Und jetzt dann verz directive répond Coben, dann mal erhaltslos dennst. Nein, es sind besser. Naja, eineOUR whom diese bleibt 잘 sein. Und schon auf das Wasser kam rein. At der мер In der Welt haber. Ich bin doch blöd. Ian sollte davon auch erfahren. Das war schon wieder abseits von Gedanken. Ich hätte ruhig auch ein paar Erfahrungspunkte geben können. Mach keinen Ärger. Jetzt geht's raus, jetzt geht's raus, aus der Mine heraus. Ich überlege jetzt, gebe ich erst die Quest ab, dann frage ich mal im Lager herum was ich noch so tun kann. Oder mache ich das schon noch davor? Einfach mal wegen der Abwechslung wegen. Wie viel Uhr ist es? 18.13 Uhr. So, Frischluft. Gornadrak, Templer. Die Mission ist erledigt. Die kann man leider nicht drauf ansprechen. Gornad. So. Ich geh jetzt wieder durch den Wald. Und schon ertönt die Nachtmusik. Ah ja, es ist so, die Wölfe haben wir hier vergessen. So groß ist der Wald gar nicht. Schwierig hier draußen. Schwierig hier draußen. Bröt euch mal hinten. Bröt euch mal hinten. Ja. Habe ich zufällig jetzt. Noch eine grüne Moviz in meiner Tasche? Ne. Hätte ich ja letztens noch verkauft gehabt. Und schon mal hier raus. Ich bin schon weg. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Guck mal. Fleischschwanze. Hey. Ach, genau, 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 genau. Ich wollte auch noch was von Tico Torres. Ich sag immer Tico Torres, ich merke es schon, ey. Hier, dem Feuermagier. Da drüben steht eine Band auf der Bühne. An dieser Stelle muss ich aber dazu sagen, dann spielen die ein Lied ab, was... Hey, hast du schon gehört? In Extremo ist hier. Sie sind drüben auf der Bühne. Schnell, sonst versäumst du noch den Auftritt. Ich versäum's lieber, anstatt dass ich von der GEMA zensiert werde. Hey, du. Was sagst du eigentlich hier? Ich kann aber noch rein, ne? Ja. Immerhin etwas, was für die Bundler hier getan wird. Einfach mal die netten Abende. Hey, du. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Bitte. So, jetzt haben sie Feuersturm. Habe ich mal lieber zwei. Gequatscht wird viel. Falls ich einen versauen sollte. Falle. Stahlzunge weg. Knochenbogen kann ich auch weg. Man muss eben auffassen, was man so rum erzählt. Die Sitze und Pfeile würden reichen, aber nein. Ich komme hier auch immer drauf. Erstmal abwarten. Es ist aber nicht so heiß gegessen. Bis du kommst. Ich halte dich da lieber raus. Ich verlass dich auf jemanden und du bist verlasslich. Es ist hier. Aber da haben wir sich daran, was endlich machen. So. Ich habe, was ich wollte. Oh ja. Geh mal hier den Umweg lang. Matt, er lebt ja noch. Hey, du hast mir doch die Zutaten für meinen Fleischschwanzenakku besorgt. Mir ist da noch was eingefallen, was du noch für mich tun könntest. Kein Problem. Was für Zutaten soll ich dir dieses Mal besorgen? Zutaten habe ich erstmal genug. Was ich bräuchte, wären neue, leckere Rezepturen. Du scheinst dafür in der Gegend herumzukommen. Es würde mich brennend interessieren, was so in den anderen Lagern gekocht wird. Du könntest dich dort ein bisschen umschauen. Am besten du bringst... Na toll. Ich habe jetzt extra angehalten. Auf die Hoffnung, dass es... Dass das noch beisteht, weißt du. Wie komme ich denn an so ein Rezept? Ja, schau dich einfach in den Hütten und truhen in der Nähe von Kochtöpfen und Feuerstellen danach um. Lass dich nicht dabei erwischen. Okay, ich werde dran denken. Ja, eben nicht. Ich bin viel zu blöd, um hier was zu klauen. Im Spiel. Generell, in Spielen zu blöd zu klauen. Hey du! Ja, was ist? Da du noch relativ neu bist, gibt es hier gleich für dich die Gelegenheit zu sehen, wie Probleme hier in der Kolonie gelöst werden. Was meinst du? Es wird gleich ein Kampf in der Arena stattfinden. Wer wird denn kämpfen? Karin gegen Gohannes. Hast du Lust zu wenden? Aber behalte es für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Ja, wie du meinst. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Da wollte ich gerade fragen. Es gibt eine Abenteuer-Ausrüstung zu erwähnen. Immer wieder dieselbe. Ja, das ist alles dabei. Wenn du für den mehrtägigen Aufenthalt in der Wildnis benötigst, das genau Inhalt ist aber eine Überraschung. Ich halte mich da lieber raus. Was auch immer. Ich habe doch eine gute Rüstung an. Ich setze da mal lieber einen kleineren Be... Na gut, komm. 50 Erz auf Karin. Oder mit Don Gohannes. Keine Ahnung. Komm. Ich setze einfach mal 50 Erz auf Karin. Ich werde das eh verlieren. 50 Erz? Nicht schlecht. Kleiner. Der Kampf geht sofort los. Es wird Zeit, dass du auf die Tribüne verschwindest. Ach ja, ich muss doch darauf hinweisen, dass du dir den Gewinn noch bis kurz vor Mitternacht abholen kannst. Morgen früh ist das Erz dann weg. Ich werde doch eh nicht gewinnen. Als von daher. Ist mir das Pupel. Ich will das einfach nur sehen. Ja gut, dann hätte ich auch zusehen können. Aber nö, ich dachte... Was soll der Geiz? Oh, wo ist mein Erz sind? Na, 241. Ich will Blut sehen. Lol. Ach, jetzt habe ich kein Getränk parat stehen, das ich selber jetzt mal zugeben könnte. Hauptsache da wird das schön eingeblendet finde ich gut. Keine Gnade. Los geht's. Ich wusste es ganz genau Ich wusste es ganz genau Johannes wird gewinnen Ja, war klar, war eigentlich schon klar Der beste Kämpfer in diesem Lager